Heute, ihr Leute, sollt's um ein Hessisch-Nationalgetränk gehen und darüber hab ich auch wieder ein schönes Liedschen gemacht, eine klar Parodie, eine Weihnachtsparodie und die hört ihr jetzt auch wieder live vorgetragen auf der Weihnachtsfeier vom Neuroneum. Viel Spaß! Auf dem Weihnachtsmakt hat mich die Lust gepackt, spürt ich, guck ich dich lang vor der Kleeweibude an. Schon halber Freund vom Schnee, seh ich die Leute da steh, doch an dem Stand, den ich bedenk, krieg mir ganz schnell sein Gedreck. Hey, Äppelweih, Äppelweih, heiße Äpple überall, wer heutzetag noch Kleeweih trinkt, ja, der hat echten Knall. Denn Äppelweih, Äppelweih, heiße Äpple überall, ei, wenn du schon in Hessen bist, probier's auf jeden Fall. Wie ich am Äpple stand, mit dem Gerippte in der Hand, steh und mich aufs erste Schlückchen freu, denk ich, das kann net sein, ihr seid kreise net. Hab ich die Leute angebläht, da merk ich, wieso die Gucke so blöd, oh, mir wurde Appelsaft angedreht. Appelsaft, Appelsaft, heiße Appelsaft überall, wer heutzetag noch Äpple trinkt, ja, der hat echten Knall. Denn Appelsaft, Appelsaft, heiße Appelsaft überall, als Dappels bleibt mir nüchtern, ja, so lautet die Moral. Appelsaft, Appelsaft, heiße 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 Appelsaft, heiß Untertitelung des ZDF, 2020